Für die 10 hätte ich wahrscheinlich bloß Effizienz bekommen. Oh, schon wieder dunkel. Ähm... Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch? Ich bin jetzt gerade im Überlegen, wo ich jetzt weitermache. Achso, ja, Dings. Äh, hier. Gedöns. Ähm, geh mal gerade mal hin. Ich wollte ja noch den Fluss ein bisschen erweitern. Und da fange ich jetzt auf. Ahahaha! Huhuhuhu. Warum hat der nicht, äh, WTF gesagt? Und warum ist der explodiert? Hm. Also die anderen Geräusche sind da. Oh, Menno. Jetzt hat er mir einen schönen Weg kaputt gemacht. Böser Krieber. Ah. Nee, ich war eben so verdutzt, dass der nicht das WTF gesagt hat. Hm. Ah, komm. Du erstmal. Und noch ein bisschen Erde. Und noch ein bisschen. Oh je. Ah, komm mal. Drei Kiel. Ja, gut. Ähm. Na. So. Ähm. Ja. Ja. Passt noch. Äh. Wie, das war's. Hab ich nicht viel mehr... Alter. Was bin ich denn für einer? So. Da kommt ein Steinchen hin. Da ein Steinchen. Da kommt er auch noch. Kies. Ah, siehst du. Das Stiefchen hab ich vergessen. Super. Äh. Aber weißt du was? Ich setze das noch eins vor. So. Hol ich mir noch ein... Obwohl. Ich mach mir jetzt einfach... Und falsch. Fünf. Ach, Mann. Nee, nee, nee. So. Da muss ich nochmal gucken wegen dem Soundpack. Ganz ehrlich. Also das hat mich jetzt wirklich sehr verdutzt. Aber Erde krieg ich eh gleich wieder. Äh. Nee, mach ich später. Erstmal gucken, wo ich jetzt den Fluss begradige oder erweiter. Alter, der Mammutbaum hier. Äh, nicht Mammutbaum. Monsterbaum. Dü, 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 dü. Wie sieht denn die Schaufel aus? Ah, ich hab noch einer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bam. Woll ich jetzt einfach mal tun. Gut. Hier haben wir eine Tiefe von... Zwei. Und hier haben wir nur so einen Fluss. Geht es hier nicht weiter? Äh, so ein Bach, mein... Äh, Fluss sag ich. Bach. Hier geht's... Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Gut. Ähm. Ja, nee. Ich will da eine Brücke haben und fertig. Da mach ich das am besten. Hm. Wie mach ich das da am besten? Erstmal das Gras wegmachen. Falls mir gefällt. Hm. Ähm. Mä, 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 mä. Ja, hier muss er erstmal ein bisschen weg. Würde ich sagen. Machen wir hier erstmal weg. So. Okay, da ist schon ein Sandstein. Super. Hm. Na, komm. Da ist schon die Erde. Ja, komm. Kratzen wir das erstmal hier weg. Mal gucken, wie das dann weitergeht. Ja, der unten muss dann auf jeden Fall wieder herlegen. Hier, dieses scheiß Halskratzen, das geht mir echt auf den Senkel. Und das Sprechen, das macht's auch nicht viel besser. Hier, man krächt sich nur noch. Naja, wäre auch nicht schlimm. Jawohl. Doch. Nee, da hätte meine Freundin wenigstens noch ein bisschen Ruhe, weil da bin ich ja auch am Labern, ne? Die ganze Zeit. Nur am Labern. Hm. Warte mal, jetzt muss ich jetzt wirklich mal was gucken. Hm. Okay. Äh. Hallo, zurück. Ja, danke. Aber zurück zum Spiel. Sehr schön. Ähm, das kommt noch weg. Hm. Ja, puh. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich muss noch so ein bisschen die Uhr noch im Auge halten. Und meine Freundin kommt dann noch demnächst nach Hause. Und heute hat sie den Junggesellenabschied. Also jetzt nicht meine Freundin, sondern, äh, meine Schwester heiratet ja. Und heute hat meine Schwester ihren Junggesellenabschied. Und morgen dann ihr zukünftiger. Haben sie ganz gut, äh, geregelt. Und ich. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. So. Oh, guck mal hier. Cola. Nimm mit. Äh. Komm, das mache ich jetzt auch mal weg. Ist ja eh weg. Ne? Muss ja alles hier weg. Muss ja alles weg. Muss ja alles weg. Ja. Ach ja. Ist schon schön, ne? Ist schon schön. Ich muss jetzt gerade mal aufs Guck gehen. Ähm. Okay. Das war das. Und. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, gut. Äh, halt. Jetzt pass ich wieder auf das andere. Ach, zeigt doch. Danke. Boom. Das war mein Handy. Nicht erschrecken. Bist du eigentlich stumm? Warte, du bist stumm. Stummes Handy. So. Und wie sind die? Ich weiß auch noch. Ah. Okay. Ah, das ist ja, mhm, ja. Das ist ja nur bei Erde so. Mhm. Bin schon ruhig. Hat nichts gesagt. Fällt ja schon mal nicht klappen. Ne, wer stimmt, wenn... Wenn das ja nur so... Wie nennt man das dann, wenn... Wenn das... Nicht... Keine Ahnung. Fällt mir jetzt nicht ein. Wollt eigentlich, äh... Wissen, wie man das dann nennt, wenn das nicht, ähm... Kommentiert ist. Also einfach nur zeigen. Einfach nur spielen. Walkthrough oder... Ne. Warte. Ist das ein Walkthrough? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein Walkthrough. Ach, da haben wir es auch das letzte Mal gehabt, ne. So wie wegen, äh... Aussprache von den Deutschen und so. Zu geil. Richtig, richtig... Also wirklich zu geil. So. Hier mach ich erst mal dicht. So. Ach komm, hier mach ich auch dicht. Muss später eh alles aufgeführt werden. So, und dann grabe ich es wieder aus, ne. So. Die Breite hat er ungefähr. Da hinten geht er sogar noch breiter. Aber jetzt versuche ich den erstmal so ein bisschen anzupassen. Also hier, wie ich dann das Ufer dann mache. Mehr oder weniger. Ja, hier muss ich dann... Äh... Was hat denn eigentlich... Sonne? Sonne? Ach komm. Ist ja noch genug Zeit. Äh, muss ich auch noch ein bisschen anpassen, glaube ich. Entweder ratze ich den Bär weg oder den. Ich glaube eher den. So. Ja gut, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Äh, bum bum. Bumm. Bumm. Komm, das kommt weg. Trockenes Gestrüpp. Oh ja, da freue ich mich auch schon wieder, wenn ich das trockene Gestrüpp im Garten wegmachen darf. Hä, 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 hä. Ach, Mann, ey. Ist ja wieder Gartensaison bald. Juhu. Also ich freue mich jetzt wirklich da drauf, ne. Dürfte jetzt nicht falsch verschieben. Aber, ja, gut. Ich habe den Garten ein bisschen vernachlässigt. Ja, gut. Das passiert halt, ne. So über den Winter und so. So. Wie machen wir das hier? Reicht mir nicht. Ja, komm. Ich mache jetzt erstmal hier noch das Flussbeet. Bedingstens ist den Anfang. So. Da drüber. Und jetzt hier erstmal. Ja, hier muss erstmal alles weg. Das kann man so nicht stehen lassen. Hier muss erstmal alles weg. Ja, also ich mache jetzt nur das Flussbeet mit euch Wasser auffüllen und so und mache ich dann offscreen. Ja, also nicht falsch verstehen. Ich spiele ja gerne für euch, mit euch und so. Aber, ähm, das muss glaube ich nicht sein, dass ich da wieviel tausend Eimer Wasser reinlebe und irgendein Zug guckt. Oder? Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Das dauert ja noch ein bisschen. Ich meine, das mache ich jetzt auch nicht in dieser Aufnahme-Session fertig. So, mache ich hier so eine... Ne, das muss noch. Das muss noch. Das wird noch breiter. Wir müssen breiter gehen. Breiter gehen. So. Los. Schon wieder die Schau... Ey, das ist doch nicht normal, oder? Schon wieder eine Schaube, oder gut? Habe ich noch Steine? Äh, ja, ein bisschen. Sehr gut. Äh, Sand. Sand, Sand. Kann ich hier mal ein bisschen auffüllen, juhu. Ich glaube, hier war sogar ein Krieger, kann es mal sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern, ich bin ja kein Elefant. Ich bin sowieso so ein Typ, der vergisst, äh, viel. Also, ich vergesse wirklich viel. Du kannst mich, äh, kannst mir heute was sagen und morgen habe ich es vergessen. Es sei denn, ich merke es mir, dann vergesst es nicht. Das ist logisch. Jetzt, die Sounds, die Sounds funktionieren noch richtig. Äh, da kannst du ja nicht schlafen. Ja, gut. Äh, ähm. Äh. Also, ich bin froh, dass das, dass das, äh, Gekleber von den Türen jetzt nachgelassen hat. Ja, ich möchte jetzt schlafen, danke. Ah, so. Hör, lass mich raus. Der hört sich auch geil an, ne? Naja. Jo, jo, jo. Ja, äh, Vergesslichkeit. Also, das ist bei mir so ein Ding. Meine Freundin guckt mich dann öfters schon mal blöd an. Und sagt, das ist echt vergessen. Und ich so, ja, es tut mir ja leid, aber ich kann auch nichts dafür. Ich habe halt ein Gedächtnis wie ein Schweizer Käse. So, wo wollte ich jetzt eigentlich weitermachen? Hier, glaube ich, ne? Schon wieder vergessen. Hahaha. So, Spitzhacke da. Ich sehe das nicht mehr wegen dem Mikro. So, uah. Alter, ist ja mein gefährlich hier. So, ich nehme jetzt erst mal die. Äh. Ja, da, der Sand weg. Okay, da kommt Sand. Hm, ich glaube, ich sollte erst den Sand wegmachen. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Dann gehe ich mal da hoch und mache erst mal das oben weg. Nett, dass ich dann, äh. Genau. Das hatte ich da gemacht. Äh, gemeint. Ah, jetzt lass mich doch mal hoch. Hier, das geht so nicht. So. So. Zack, 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 zack. Dann weiß ich nämlich auch ungefähr, wo ich hier oben die Linie ziehen muss. So. Na, komm, du auch noch mit. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt noch die richtige Linie ist. Boah, fast. Da muss ich dann halt auch ein bisschen anpassen. Mein Gott. Wird schon, wird schon, wird schon. Terraforming for the win. Aber das ist ja nicht nur so stupides, ähm, terraformieren, also einfach nur plattwalzen. Nein. Ich will ja, ich will das ja ein bisschen schöner machen. Ah, das kostet halt jetzt ein bisschen Zeit, ne. Also, da müsst ihr jetzt durch. Da hilft euch auch kein Squidiger. Nö. Da müsst ihr jetzt durch. Ja. Aber es wird schon, es wird schon. Keine Sorge, es wird schon. Hm, ihr müsst einfach nur zuhören. Ähm, könnt ja, was weiß ich, nebenbei irgendwas anderes machen. Hauptsache, ihr hört mir zu. Oder ihr guckt eben dann in die nächsten Folgen rein. Ähm. Puh, vielleicht bin ich ja auch so fair und sage dann, ja, äh, Folge so bis so, ähm, ist nur Sandkloppen. Hier, so, das Anpassen. Könnte ich ja eigentlich machen, ne. Wollt ihr das? Ne, das ist jetzt natürlich. Ja, super. Wie soll, wie, wie wollt ihr mir das jetzt auch sagen, ne. Geht ja gar nicht. So. Komm. Dann machen wir hier noch ein bisschen Zeug weg. Was heißt, ein bisschen, das ist, also, das ist schon ein Stück, ne. Aber so kommen wir übrigens wieder an Erde. Und, äh, Gedönse, ne, und so. Hast du nicht gesehen? Und ein bisschen Koppel. Ja, ein bisschen Koppel, ja, Koppel. Das ist gut. Koppel ist immer gut, ja. Mhm. Da sage ich nicht, ne. Koppel finde ich gut. Ja. Ähm. Oh. Abruh, ne. Das, ne. Ne, 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 ne. Mm, 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 mm. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich drauf komme. Ich war letztens mal einkaufen. Und, ähm. Ah, ja. Heute Morgen ist mir das eingefallen. Beim Zähneputzen. Äh, ich habe eine elektrische Zahnbürste. Finde ich auch super. Die benutze ich natürlich zweimal täglich, ne. Alles klar. Das sollten wir ja auch tun. Schon allein wegen der Hygiene für die Zähne. Wenn man nicht jedes Mal zum, ähm, Arzt rennen will. Und, ah, ich habe hier ihn lockt. Ne, also. Zähneputzen ist sehr wichtig. Definitiv wichtig. Ja.